Freunde von mir haben mir geraten, doch ein Konto bei Instagram aufzumachen. Normalerweise mache ich solche neumodischen Dinge ja gar nicht mit, aber ich habe es dann doch getan. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dort folgen würdet. Der Link ist gleich hier unter dem Tube. Das Ganze unter dem Motto der Account Börse Leben Lifestyle. Dort wollen wir auch ein bisschen auf die schönen Dinge des Lebens eingehen. Ich zeige viele persönliche Facetten, auch aus meinem Leben, in Storys, Reels, Bildern, wie man das alles nennt. Ich meine, wir leben in einer Welt des allgemeinen Wahnsinns. Deshalb ist es wichtig, dass man sich eben auch mal so ein bisschen auf die schönen Dinge konzentriert. Und bei Instagram werde ich dann auch wie gewohnt die Termine für die Live-Calls, die wir ja haben, bekannt geben. Und meine Erlebnisse hier in Berlin, meine Alltagserlebnisse. Hier in Berlin, aber auch im Ausland mit euch teilen. Also es wäre schön, wenn ihr mit dabei seid und auch ein bisschen Feedback geben würdet. Das ist ein neuer Versuch, ein Teil aus meinem Leben auch mit euch zu teilen. Und dass es da eher um die schönen Dinge und nicht um den Wahnsinn in dieser Welt geht. Denn wir haben nun mal ein Leben und wir müssen das Beste daraus machen. Das ist das, was ich euch bei Instagram halt zeigen will. Also wenn ihr mir folgen wollt, dann geht unter dieses Tube auf den Link. Und ihr könnt dort auch direkt Kontakt mit mir aufnehmen, irgendwie über Direct Messages und so weiter. Ihr wisst schon, ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus mit diesem Zeug als ich. Es ist ein Versuch, euch etwas näher zu treten und von meiner Seite euch etwas näher zu kommen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Vielen Dank.